Von der christlichen Vollkommenheit Insbesondere Die christlichen Tugenden Erstes Kapitel Von der innerlichen Abtötung oder Verleugnung der Eigenliebe 1 Es gibt zwei Arten von Eigenliebe. Die eine ist gut, die andere ist böse. Die gute Eigenliebe ist jene, wodurch wir das ewige Leben erlangen, wozu Gott uns erschaffen hat. Die böse Eigenliebe ist jene, wodurch wir uns die irdischen Güter dieser Welt zum Schaden unserer Seele verschaffen und wodurch wir Gott beleidigen. Die himmlische Stadt, sagt der heilige Augustin, erbaut die Liebe Gottes bis zur Verachtung unserer Eigenliebe. Die irdische baut unsere Eigenliebe bis zur Verachtung Gottes. Deshalb sagte Jesus Christus, Wenn mir jemand nachfolgen will, so verleugne er sich selbst. So besteht denn also die Vollkommenheit einer Seele darin, dass sie sich selbst verleugne. Wer nicht sich selbst entsagt, kann Jesu Christus nicht nachfolgen. Die Liebe wird größer, sagt der heilige Augustin, wenn die Begierlichkeit aufhört. Das heißt, je weniger man seine Neigungen zu befriedigen wünscht, desto mehr liebt man Gott. Wenn man aber nichts als Gott wünscht, so liebt man Gott vollkommen. Aber in dem gegenwärtigen, durch die Sünde verderbten Stande unserer Natur ist es uns unmöglich, gänzlich von den Versuchungen der Eigenliebe befreit zu bleiben. Nur Jesus Christus unter den Männern und die allerseligste Jungfrau Maria unter den Frauen sind ganz davon befreit geblieben. Alle anderen Heiligen haben mit ihren Leidenschaften kämpfen müssen. Deshalb muss also eine christliche Seele darauf bedacht sein, die unordentlichen Regungen im Zaumel zu halten, was durch die innerliche Abtötung geschieht, wie uns dies der heilige Augustin lehrt, da er sagt, dass sie die Bewegungen der Seele leite. 2. Wie elend ist eine Seele, die sich von ihren Leidenschaften beherrschen lässt. Der heilige Bernhard sagt, ein Feind, der mit uns in einem Hause wohnt, schadet am meisten. Unsere Feinde sind der Teufel und die Welt, der ärgste Feind aber, den wir haben, ist unsere Eigenliebe. Die heilige Magdalena von Patzis sagte, Die Eigenliebe macht es in der Seele wie ein Wurm, der die Wurzel der Pflanze abnagt, sodass er dieselbe nicht nur der Früchte, sondern auch des Lebens beraubt. Und an einem anderen Orte sagt sie, Der größte Verräter ist die Eigenliebe, welche es macht, wie Judas und uns mit einem Kusse verrät. Wer dieselbe besiegt, hat alles besiegt. Kannst du sie nicht mit einem Streichel töten, so töte sie allmählich. Wir müssen also immer den Herrn gleich wie Salomon bitten, Übergib mich nicht einem schamlosen und unehrbaren Herzen. O mein Gott, lass mich nicht in die Gewalt meiner törichten Leidenschaften fallen, die mir die Furcht Gottes und sogar die Vernunft rauben würden. 3. Unser ganzes Leben muss ein fortgesetzter Kampf sein. Das Menschenleben auf Erden ist ein immerwährender Streit. Sagt der fromme Hiob. Wer aber dem Feinde gegenüber steht, der muss die Waffen immer in den Händen haben, um sich verteidigen zu können, denn wer dies nur einen Tag unterließe, würde gerade an diesem Tage besiegt werden. Es ist auch noch zu merken, dass, wie oft eine Seele auch ihre bösen Neigungen besiegt haben mag, sie dennoch niemals müde werden darf, dieselben zu bekämpfen, weil die Leidenschaften, so oft man sie auch überwindet, dennoch nie ganz ersterben. Glaubt es mir, schreibt der heilige Bernhard, so oft sie auch abgeschnitten werden, keimen sie doch immer wieder hervor und werden sie auch verjagt, so kommen sie doch immer wieder zurück. Deshalb können wir im Kampfe mit unseren Leidenschaften nichts anderes erlangen, als dass sie uns nicht mehr so oft und so heftig angreifen und dass wir sie nach und nach leichter besiegen können. Ein Mönch klagte eines Tages bei dem Arbte Theodor, dass es ihm nach achtjährigem Kampfe gegen seine bösen Leidenschaften doch noch nicht gelungen sei, dieselben Gans zu zerstören. Theodor antwortete ihm, Unsere Leidenschaften werden uns immer beunruhigen, Aber, sagt der heilige Gregorius, es ist etwas ganz anderes, die wilden Tiere draußen zu sehen und ihr Brüllen zu hören, als sie im Herzen zu haben und zu dulden, dass sie uns verschlingen. 4 Unser Herz ist ein Garten, in dem fortwährend wilde und schädliche Kräuter wachsen. Deshalb muss man stets die Hacke der heiligen Abtötung in der Hand haben, um sie abzuschneiden und hinauszuwerfen, sonst wird die Seele bald einem Distel und Dornenfelde gleichen. Überwinde dich selbst. Das war der Spruch, den der heilige Ignatius von Loyola stets wiederholte und den er gewöhnlich zum Gegenstand der Ermahnungsreden wählte, die er seinen Ordensbrüdern hielt. Überwindet die Eigenliebe, berechtet euren Eigenwillen. Denn, sagt er, die Hauptursache, warum wenige Menschen, die das Gebet üben, zur christlichen Vollkommenheit gelangen, ist, weil nur wenige darauf bedacht sind, sich selbst zu überwinden. Von hundert Menschen, die das Gebet üben, in Klammern, die sind seine eigenen Worte, wollen mehr als neunzig ihrem Kopfe folgen. Deshalb setzte der Heilige mehr Wert auf einen Akt der Abtötung des Eigenwillens, als auf ein stundenlanges Gebet voll geistlichen Trostes. Gilbertus schreibt Was hilft es einer Festung, dass ihre Tore geschlossen sind, wenn der Feind, der drinnen ist, nämlich der Hunger, alles in Verwirrung bringt? Er will damit sagen, dass es nichts nütze, die äußerlichen Sinne abzutöten, wenn man im Herzen eine Leidenschaft, eine Anhänglichkeit an seinen eigenen Willen, Liebe zur eigenen Hochschätzung, Ehrsucht oder einen anderen Feind unterhält, der alles in Unordnung bringt und die Seele ins Verderben stürzt? 5. Wer Wasser an einer Quelle schöpfen will, muss vorher die Erde aus dem Geschirr nehmen, Sonst würde er kein Wasser, sondern Kot bekommen. Pater Alvarez hat hierüber einen wichtigen Ausspruch hinterlassen, da er sagt, Gebet ohne Abtötung ist entweder Verblendung oder es ist von kurzer Dauer. Der heilige Ignatius sagte, eine abgetötete Seele vereinige sich in einem viertelstündigen Gebet inniger mit Gott als eine unabgetötete Seele, die stundenlang bete. Wenn daher der heilige jemanden loben hörte, weil er viel bete, so sprach er, das ist also ein Zeichen, dass es sehr abgetötet ist. Es gibt Seelen, welche viele Andachtsübungen, viele Kommunionen, viele Gebete, Fasten und andere Bußwerke verrichten, die es aber versäumen, gewisse kleine Leidenschaften zu überwinden, zum Beispiel Aufwallungen des Zornes, Abneigungen, Vorwitz, Gefährliche Zuneigungen Sie tun sich nicht Gewalt an, irgendeine Widerwärtigkeit zu erdulden, sich von gewissen Leuten zu trennen, ihren Eigenwillen dem Gehorsam und dem Willen Gottes zu unterwerfen. Welchen Fortgang können wohl solche Seelen in der Vollkommenheit machen? Die Unglücklichen bleiben alle Zeit unvollkommen und befinden sich außerhalb des rechten Weges. Der heilige Augustin sagt, sie laufen gut, aber außerhalb des Weges. Sie laufen gut, das heißt, sie schmeicheln sich gut zu laufen, wenn sie fortfahren, ihre Andachtsübungen zu verrichten, aber sie bleiben immer außerhalb des Weges zur Vollkommenheit, welche in dem Siege über sich selbst besteht. Der fromme Thomas von Kempis sagte, so viel wirst du zunehmen, als du dir Gewalt antust. Ich will hier nicht das mündliche Gebet, die Bußwerke und andere geistliche Übungen tadeln, aber die Seele muss immer die Absicht haben, dadurch den Sieg über ihre Leidenschaften zu erlangen, weil alle geistlichen Übungen nichts anderes sind als Mittel zur Übung der Tugend. Deshalb müssen wir, wenn wir kommunizieren, wenn wir betrachten, wenn wir das allerheiligste Altarsakrament besuchen und ähnliche Andachtsübungen verrichten, Gott immerfort bitten, er wolle uns dadurch stärken, dass wir demütig, abgetötet, gehorsam und ergeben in seinen heiligsten Willen werden. Für einen jeden Christen ist es ein Fehler, wenn er in seinen Handlungen nur sich selbst zufriedenzustellen sucht. Gott, sagt Lactantius, will den Menschen mittels der Abtötung zum ewigen Leben führen. Der Teufel hingegen ruft ihn zum ewigen Tode, indem er ihn versucht, in allem nur die Befriedigung seiner Neigung zu suchen. auch heilige Dinge müssen wir stets ohne alle Anhänglichkeit unternehmen, sodass, wenn unser Vorhaben nicht gelingt oder wenn es uns vom Gehorsam verboten wird, wir es gern und ruhig unterlassen. Alle Anhänglichkeit an uns selbst hindert unsere vollkommene Vereinigung mit Gott. Wir müssen also fest entschlossen sein, gegen unsere Neigungen zu kämpfen. Sowohl die äußerliche als auch die innerliche Abtötung wird zur Vollkommenheit erfordert, doch mit dem Unterschiede, dass wir die äußerliche mit Mäßigung, die innerliche aber ohne Maß und mit Eifer üben müssen. Was nützt es auch, wenn man den Leib abtötet, aber seine innerlichen Leidenschaften nicht abtöten will? Was nützt es, schreibt der heilige Hieronymus, wenn man sich durch ein strenges Fasten peinigt und von Hoffart aufgeblasen ist? Wenn man kein verächtliches Wörtlein, keine abschlägige Antwort geduldig ertragen kann? Was nützt es, dass man keinen Wein trinkt und von Zorn gegen jene berauscht ist, die uns Unannehmlichkeiten verursachen oder die uns widersprechen? Mit Recht beklagt der heilige Bernhard den Zustand derjenigen, die sich äußerlich demütig kleiden, innerlich aber ihre Leidenschaften nähren. Diese, sagt er, legen ihre Laster nicht ab, sondern sie bedecken sie nur mit diesen äußern Zeichen der Buße. Wenn wir dagegen unsere Eigenliebe abzutöten suchen, können wir in kurzer Zeit heilig werden, ohne Gefahr unserer Gesundheit zu schaden oder stolz zu werden, weil Gott allein Zeuge unserer innerlichen Handlungen ist. O welch eine schöne Ernte von Tugend, Akten und Verdiensten kann man sammeln, wenn man gleich im Entstehen dieses Verlangen, diese Neigung, diese Erbitterung, diese Neugierde, diesen Scherz und ähnliches unterdrückt. Wenn man dir, geliebte Seele, widerspricht, so gib gerne nach, wenn dadurch nichts für die Ehre Gottes zu befürchten ist. Betrifft es deine eigene Ehre, so opfere sie Jesu Christo bereitwillig auf. Du bekommst zum Beispiel von jemandem einen Brief. Widerstehe der Begierde, ihn zu öffnen und mache ihn erst etwas später auf. Du möchtest den Ausgang einer Begebenheit in einem Buch lesen, behalte es dir auf ein anderes Mal vor. Es wandelt dich die Neigung an, Spaß zu machen, eine Blume zu pflücken, einen Gegenstand anzusehen. Unterlasse es aus Liebe zu Jesu Christo. Man kann täglich tausend ähnliche Tugendakte üben. Vom heiligen Dositeus wird erzählt, dass er in kurzer Zeit durch solche innerlichen Abtötungen zu einer hohen Vollkommenheit gelangt sei. Da dieser heilige Jüngling krank ward, konnte er weder Fasten noch die anderen Übungen der Gemeinde mitmachen. Da geschah es, dass die anderen Mönche, als sie erkannten, dass er so innig mit Gott vereinigt sei, sich wunderten und ihn eines Tages fragten, was für eine Tugend er denn besonders übe. Der Heilige antwortete, er suche sich besonders darin zu üben, in allem seinen Eigenwillen abzutöten. 9 Der heilige Josef Kalassanz pflegte zu sagen, der Tag, der ohne Abtötung vorüber geht, ist verloren. Damit wir es recht erkennen, wie notwendig die Abtötung uns ist, hat Jesus Christus ein ganz abgetötetes Leben führen wollen, ohne allen empfindlichen Trost, voll Schmerz und Schmach, weshalb Isaias ihn einen Mann der Schmerzen nennt. Unser Heiland konnte die Welt mitten unter Ehren und Freuden erlösen, aber nein, unter Schmerz und Verachtung hat er sie erlösen wollen. Statt der ihm vorgelegten Freuden hat er das Kreuz erwählt. Hebräer 12,2 Da ihm die Freude angeboten ward, hat er um uns ein Beispiel zu geben, dieselbe nicht annehmen wollen und das Kreuz erwählt. Durchblättere das Leben Jesu sagt der heilige Bernhard, du wirst ihn immer leidend am Kreuze finden. Unser Heiland selbst hat der heiligen Katharina von Bologna offenbart, dass schon vor seiner Geburt seine Leiden angefangen haben. Hierauf wählte Jesus zu seiner Geburt eine Jahreszeit, einen Ort und eine Stunde, wodurch seine Leiden nur noch vermehrt werden mussten. Dann führte er auch eine arme, unbekannte und verachtete Lebensweise und da er starb, wählte er den schmerzlichsten, schmähligsten und trostlosesten Tod, den er nur leiden konnte. Die heilige Katharina von Siena sagte, gleich wie eine Mutter, um ihr krankes Kind, das sie noch an der Brust nährt, zu heilen, eine bittere Arznei zu sich nimmt, so hat auch Jesus Christus alle Peinen seines Lebens auf sich genommen, um uns arme Kranke zu heilen. 10 Deshalb lehrt der Herr selbst uns, dass er der Mürrenberg, das heißt, den Berg der Bitterkeiten und Schmerzen besteige. Ich will zum Mürrenberg gehen. Hohelied 4 6 Mit diesen Worten ladet er uns ein, ihm nachzufolgen, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm treten wollen. Willst du um ein Christ den Gekreuzigten umarmen, sagt der heilige Peter Damian, so musst du entweder schon gekreuzigt sein oder den Entschluss gefasst haben, gekreuzigt zu werden. Und Jesus selbst sprach eines Tages zur seligen Battista Parani folgende Worte. Der gekreuzigte Bräutigam Jesus Christus will, dass seine Bräute gekreuzigt seien. Darum müssen fromme Seelen, um wahre Bräute Jesu zu werden, ein abgetötetes und gekreuzigtes Leben führen. Sie müssen immer die Abtötung Jesu an ihrem Leibe tragen. Das heißt, sie müssen in allen ihren Handlungen und Wünschen nicht ihre eigene Befriedigung, sondern allein das Wohlgefallen Jesu suchen und deshalb aus Liebe zu ihm alle ihre Wünsche abtöten. Denn die, welche Christi sind, haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Lastern und Gelüsten. Galater 5, 24 So müssen also die Bräute des Heilandes alle ihre Leidenschaften ans Kreuz heften, weil der Herr sie sonst nicht als seine Bräute anerkennen wird. 11 Wir wollen jetzt zur Ausübung dieser Tugend kommen und sehen, auf welche Weise man zur wahren innerlichen Abtötung gelangt. Das erste Mittel besteht darin, dass wir zu erkennen suchen, welche Leidenschaft in unserem Herzen vorherrscht und uns häufiger zu Fehlern verleitet, damit wir uns bemühen, dieselbe zu besiegen. Der heilige Gregorius sagt, wir müssen uns desselben Kunstgriffes bedienen, den Teufel zu besiegen, dessen er sich bedient, um uns zu überwinden. Der böse Feind ist fortwährend darauf bedacht, heftiger jene Leidenschaft zu entzünden, zu der wir am meisten geneigt sind. Auf gleiche Weise müssen auch wir bemüht sein, gerade diese Leidenschaft zu bekämpfen. Wer seine vorherrschende Leidenschaft überwindet, der wird leicht alle anderen besiegen. Lässt er sich aber von derselben beherrschen, so wird er nie an Vollkommenheit zunehmen. Was nützen dem Adler seine starken Flügel? Wenn er am Fuße mit einem Stricke festgebunden ist und nicht fliegen kann, sagt der heilige Ephraim. Oh, wie viele Seelen gibt es, die gleich königlichen Adlern sich zu Gott erheben würden, die aber, weil sie von einer irdischen Anhänglichkeit gefesselt sind, nie in der Vollkommenheit Fortschritte machen. Der heilige Johannes vom Kreuz sagt, der geringste Faden sei hinreichend, eine Seele vom Aufschwung zu Gott zurück zu halten. Wer sich von einer Leidenschaft beherrschen lässt, macht aber nicht nur keinen Fortschritt im Geiste, sondern, was noch weit schlimmer ist, er setzt sich der Gefahr aus, ewig zugrunde zu gehen. Deshalb ist es also notwendig, dass eine christliche Seele bemüht sei, jene Leidenschaft, zu der sie am meisten geneigt ist, zu bekämpfen, weil es ihr sonst wenig nützen würde, sich in anderen Dingen abzutöten. Der eine zum Beispiel ist nicht geizig, aber er verlangt von anderen hoch geschätzt zu werden. Wenn ein solcher nicht bemüht ist, sich in Demütigungen, die ihm zustoßen, zu überwinden, so wird ihm seine Gleichgültigkeit gegen das Geld wenig nützen. Ein anderer hingegen ist nicht ehrsüchtig, aber er liebt das Geld. Wenn dieser nicht darauf bedacht ist, seine Geldgier abzutöten, so wird es ihm wenig nützen, wenn er auch die Verachtung geduldig erträgt. Hier sei eine Anmerkung von mir gemacht, wie oft hört man den Satz heutzutage, ein Laster muss man ja haben. Wie verderblich ist dieser Satz, der so leicht über die Lippen fließt. Zwölf Nimm dir also vor, geliebte Seele, mit entschlossenem Willen jene Leidenschaft, die in dir vorherrscht, zu besiegen. Ein entschlossener Wille überwindet alles mit der Hilfe Gottes, die ihm nie mangelt. Der heilige Franz von Sales war sehr zum Zorn geneigt. Durch die Gewalt aber, die er sich antat, ward er ein Muster der Sanftmut und Güte, wie es in seinem Leben berichtet wird, und zwar in vielen Fällen, in denen Gott zuließ, dass er mit Unbilden und Schmach überhäuft wurde. Wenn man aber eine Leidenschaft überwunden hat, muss man darauf bedacht sein, eine andere zu bekämpfen, denn sonst könnte eine einzige, die in der Seele übrig bliebe, dieselbe dennoch ins Verderben stürzen. Der heilige Johannes Kalassanz sagte, wenn du auch alle anderen Leidenschaften überwunden hast, aber eine einzige im Herzen übrig geblieben ist, wirst du dennoch nie ruhig leben. Und der heilige Cyrillus schrieb, wenn man es versäumt, ein kleines Loch, das sich im Boden eines Schiffes befindet, zu verstopfen, so wird das Schiff, wenn es auch noch so stark ist, dennoch zugrunde gehen. Deshalb sagte der heilige Augustin, Hast du eine Leidenschaft zu Boden geworfen, so tritt sie mit Füßen und eile eine andere zu bekämpfen, die dir noch Widerstand leistet. Wenn du heilig zu werden wünschest, geliebte Seele, so rate ich dir, deinem Beichtvater zu bitten, er wolle dich jenen Weg führen, der ihm der Beste scheint. Sage ihm, er solle dich in nichts verschonen, ja, in allem deinem Willen widersprechen, so oft er es für nützlich erachtet. Der gebrochene Wille ist ein vollkommener Wille, sagt ein großer Diener Gottes, der Kardinal Petrucci. Die heilige Theresia erzählt, dass einer ihrer Beichtväter vor allem darauf bedacht war, ihren Wünschen zu widersprechen und sie setzt hinzu, dieser Beichtvater habe ihrer Seele am meisten genutzt. Öfters, sagt sie, habe der Teufel sie versucht, ihn zu verlassen, aber jedes Mal, wenn sie seinen Einflüsterungen Gehör gegeben, habe Gott ihr einen bitteren Verweis erteilt. Jedes Mal, wenn ich mich entschloss, schreibt sie selbst, ihn zu verlassen, vernahm ich in mir einen Verweis, der mir empfindlicher fiel, als alles, was ich von dem Beichtvater auszustehen hatte. 13 Das zweite Mittel, um zur innerlichen Abtötung zu gelangen, besteht darin, dass man bemüht ist, seinen Leidenschaften zu widerstehen und dieselben zu zerstören, ehe sie Kräfte gewinnen, denn sind sie durch die böse Gewohnheit stärker geworden, wird es sehr schwer sein, dieselben zu überwinden. Damit die Begierlichkeit, sagt der heilige Augustin, nicht stark werde, so zerschmettere sie, da sie noch klein ist. Es geschieht zum Beispiel, dass jemand bei einer Beleidigung ein beißendes Wort erwidern, oder dass er bei einer anderen Gelegenheit eine Person von schöner Gestalt ansehen möchte. Da muss er gleich anfangs widerstehen, sonst, sagt der heilige Ephraim, wird aus dieser kleinen Wunde, wenn sie aufbricht und nicht gepflegt wird, ein unheilbares Geschwür werden. Dies hat uns ein alter Mönch nach dem Bericht des heiligen Dorotheus auf sehr geistreiche Weise gezeigt. Derselbe befahl eines Tages einem seiner Schüler, er solle eine zarte Zypresse aus der Erde reißen, was dieser also gleich tat. Hierauf befahl er demselben, er solle eine größere ausreißen und da musste der Jünger schon seine Kräfte anwenden, damit es ihm gelinge. Endlich befahl er ihm, eine andere Zypresse, die schon tiefe Wurzeln geschlagen hatte, auszureißen, aber das wollte ihm, trotz aller seiner Mühe nicht gelingen, worauf der Mönch zu seinem Jünger sprach, wisse, dass es mit unseren Leidenschaften ebenso ergeht, wie mit dieser Zypresse. So leicht es auch ist, sie anfangs auszurotten, so schwer fällt dies, wenn sie durch die böse Gewohnheit tiefe Wurzeln geschlagen haben. Das kann auch jeder aus eigener Erfahrung erkennen. Beleidigt man uns zum Beispiel, so spüren wir augenblicklich eine Regung des Zornes in uns. Löschen wir diesen Funken gleich anfangs aus, schweigen wir und opfern wir es Gott auf, so wir das Feuer erlöschen und wir bleiben im Frieden, ja, wir gewinnen sogar Verdienste. Geben wir aber der Regung nach, denken wir darüber nach, geben wir auch äußerlich unsere Empfindlichkeit zu erkennen, so wird dieser Funke mit der Zeit eine große Flamme des Hasses werden. In dem Herzen eines anderen entsteht eine schwache Neigung zu irgendeiner Person. Wenn es sich gleich anfangs von derselben entfernt, so wird die Neigung von selbst verschwinden. Wenn er aber derselben nachgibt, so wird in kurzer Zeit eine heftige, sündhafte Liebe daraus entstehen. Deshalb müssen wir uns mit aller Sorgfalt hüten, diesen wilden Tieren, die uns endlich verschlingen würden, Nahrung zu reichen. 14 Das dritte Mittel zur innerlichen Abtötung besteht nach dem heiligen Kasian darin, dass man sich bemühe, den Gegenstand seiner Leidenschaften zu verändern, damit aus schädlichen und lasterhaften nützliche und heilige Neigungen entstehen. Es spürt jemand zum Beispiel Liebe für jene, die ihn begünstigen. Er verändere diesen Gegenstand und wende diese Liebesneigung Gott zu, der unendlich liebenswürdig ist und der uns mehr Gutes tut als alle anderen. Ein anderer ist geneigt, sich wieder jene zu erzürnen, die ihm widersprechen. Er wende seinen Zorn gegen seine Sünden, welche Feinde sind, die ihm größeren Schaden zufügen, als alle Teufel der Hölle. Noch ein anderer möchte sich gern Ehre und zeitliche Güter verschaffen. Er wende diese Begierde den ewigen Gütern und Ehren zu. Um aber dahin zu gelangen, muss man oft die ewigen Wahrheiten betrachten. Geistliche Bücher lesen, mit anderen über die Hauptwahrheiten des geistlichen Lebens reden und sich vor allem mehrere derselben ins Gedächtnis einprägen. Zum Beispiel nur Gott verdient unsere Liebe. Die Sünde allein ist das Übel, das man hassen muss. Alles, was Gott will, ist gut. Alles auf Erden nimmt ein Ende. Es ist besser, wenn man mit dem Willen Gottes einen Strohhalm von der Erde aufhebt, als wenn man ohne den Willen Gottes die ganze Welt bekehrt. Wir müssen jetzt gleich tun, was wir in der Todesstunde getan zu haben wünschen. Man muss auf Erden leben, als ob nur Gott und wir in der Welt wären. Wer sein Herz mit heiligen Gedanken nährt, den beunruhigen die zeitlichen Dinge nicht und er wird immer stärker werden, seinen bösen Neigungen zu widerstehen. So haben es die Heiligen gemacht und dadurch sind sie beinahe unempfindlich gegen die Leiden und Freuden dieser Welt geworden. Aber vor allem muss man beten, damit man dahin gelange, sich selbst zu beherrschen und der Herrschaft der Leidenschaften zu entgehen. Man muss Gott unaufhörlich um den Beistand seiner Gnaden bitten, denn ein jeder der bittet, der erhält. Lukas 11, 10 Bitten wir Bewegründe, die man sich vorstellt. Wer sich durch Beweggründe zum Guten aneifern will, den wird dies viele Mühe und Arbeit kosten, wer aber liebt, den kostet es keine Anstrengung zu tun, was der Geliebte wünscht. Gebet O mein Gott, mit so vielen Mitteln, die ich von deiner Gnade empfangen habe, mit so vielen Kommunionen, so vielen Predigten, so vielen guten Beispielen, so vielen Erleuchtungen, so vielen Einsprechungen Müsste ich jetzt schon ein helles Liebesfeuer geworden sein. Aber dessen ungeachtet bin ich noch immerfort so unvollkommen und elend wie zuvor. Du hast es an nichts mangeln lassen. Alle Schuld liegt an mir. Weil ich meinen Leidenschaften nicht entsagen wollte, habe ich deiner Gnade Hindernisse in den Weg gelegt. Ach, ich sehe, mein Jesu, dass mein Lebenswandel statt dich zu ehren, dich vielmehr entehrt hat. Erbarme dich meiner, oh mein Gott, und verlass mich nicht, denn ich will mich bessern. Es reuert mich von ganzem Herzen, dass ich so oft um meine Neigungen zu befriedigen, dich mein höchstes Gut beleidigt habe. Ich will anfangen, dich wahrhaft zu lieben, ja, von heute an will ich anfangen. Ich habe lange genug deine Geduld missbraucht. Jetzt liebe ich dich von ganzem Herzen. Von heute an sollst du der einzige Gegenstand meiner Liebe sein. Ich will alles verlassen und alles tun, um dir wohl zu gefallen. Sage, was du von mir verlangst und stehe mir bei, es zu tun, denn ich will dir wohl gefallen. Lass nicht zu, dass ich länger undankbar sei gegen die zarte Liebe, mit der du mich gefesselt, mit der du mich verbunden hast, dich zu lieben. Ich will gerne alle Leiden erdulden, die du über mich verhängst. Mache immerhin mit mir, was und wie es dir gefällt. Ich will ganz dein sein und immer dein eigen sein. Dies hoffe ich. O mein Jesu, dich allein will ich und sonst nichts. Maria, meine Mutter, bitte deinen Sohn, dass er mich erhöre, denn dein Sohn schlägt dir nichts ab. Amen.